Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Lange haben wir kein Video mehr gemacht, deshalb sind wir heute mal wieder am Start. Wir wollen heute, wir haben wunderschöne, kannst du mal runter gehen mit der Kamera ein bisschen, guck mal hier, wir haben wunderschöne Garnelen uns organisiert, die haben wir neulich schon mal gemacht und da haben die schön in Tempura gebacken und die kann man natürlich auch, wenn die schön in Tempura gebacken sind, auch klasse Sushi Rollen von machen und wir wollen euch heute einfach mal zeigen, wie man diese Garnelen in Tempura backt. Wir haben verhältnismäßig große schöne Garnelen uns bei unserem asiatischen Supermarkt organisiert, die waren tiefgefroren. Ich drehe da jetzt vorne den Kopf ab. Dann müssen wir halt hier den Panzer, nennt man das Panzer? Also ich nenne das jetzt einfach mal Panzer. Wir müssen die halt jetzt hier pulen bis hier hinten. Dieses Stück, die bleiben halt stehen und dann müssen wir da gleich noch den Darm entfernen. Ich hoffe ihr könnt das sehen, hier kann man einen schwarzen Strich sehen. Das ist der Darm. Kann man den sehen Schatz? Ja. Wunderbar. Dieser Darm muss jetzt hier raus. Das müssen wir hier raus ziehen, weil das wollen wir ja alle nicht mitessen. So, der Darm ist jetzt hier raus. Wir wollen ja nicht, dass wenn wir die gleich ins Fett tun, dass sie sich so zusammenzieht. Deshalb müssen wir uns jetzt hinstellen und müssen einmal die Garnele hier immer so ein Stückchen einschneiden. Boah, ist das Messer stumpf. Ihr müsst so ein bisschen vorsichtig sein. Es darf nicht passieren, dass sie durchschneidet. Das wäre natürlich sehr doof. So, dann muss man sie einmal so hinlegen und einmal so ein bisschen Druck drauf machen, damit das wirklich auch gerade bleibt. Und wenn sie so gerade liegen bleibt, ist alles tibitoppi. Ich werde jetzt mal eben schnell unsere restlichen 15 Stück, ich glaube ich sind das, auch noch soweit fertig machen und dann liegen die hier gleich alle fertig so nebeneinander. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit mal eben schnell die Garnele gepult, genau, den Darm entfernt und haben sie von unten eingeschnitten. Dass wenn man sie so anfasst, dass die halt so gerade liegen bleibt und halt keine Spannung mehr drin hat. Absolut wichtig. So, jetzt als nächstes nehme ich mir mein Tempora, tue mir das in eine Schale gleich und dann brauchen wir kaltes Wasser. Kein lauwarmes Wasser, auch nicht Zimmertemperatur, kaltes Wasser, damit das Tempura gleich richtig schön kross wird beim Braten. Ich tue mir jetzt drei Löffel von dem Tempura hier hinein. Kriegt man außerdem mittlerweile verhältnismäßig gut auch bei den ganzen Supermärkten, also jedenfalls hier in Hamburg. Wo wir gerade hier so jung zusammen sind, wäre schön, wenn ihr uns Kommentare schreiben würdet. Zum Beispiel, ob ihr Lust hättet, dass wir die halt auch noch mal weiterverarbeiten und da vielleicht auch Sushi draus machen. Dann machen wir das nämlich auch noch mal. Ich mache da jetzt hier erstmal so einen Teig draus. Vielleicht ist das auch noch nicht genug Wasser. Es muss halt so ein schöner, runder Teig werden, der halt auch gleich klasse an meinen Garnelen klebt. Also noch mal zurück. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Kommentare schreibt. Dürft ihr natürlich auch immer gerne reinschreiben, was wir noch mal kochen sollen. Wir sind für alle Anregungen immer gern zu haben. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, wäre das auch klasse, weil das bringt uns auch weiter. Wir sind jetzt gerade so in so einer Phase, wo ich halt auch viele Klicks brauche, damit wir halt weiterkommen, damit wir vielleicht demnächst auch mal Werbung schalten können und halt ein bisschen Geld auch zurückbekommen. Das wäre echt klasse, weil wir alle, die selber einen Channel haben, wissen natürlich auch, der ganze Kram, das ist nicht alles so sehr billig, was wir hier machen. Und wäre natürlich schön, wenn da auch etwas zurückkommen würde. Und auf Likes freuen wir uns natürlich sowieso, wenn wir die bekommen. So, das ist jetzt gerade so richtig schön in der Konsistenz, so wie wir es gut gebrauchen können. Ich baue mir hier im Endeffekt gerade wie so eine Panierstraße. Hier ist mein Gut, was ich panieren will. Hier habe ich mein Tempura und jetzt tue ich mir hier schnell noch mein Pankomehl drauf. So, sehr schön. Pankomehl kriegt man außerdem auch im Supermarkt. Kriegt man natürlich auch bei eurem China-Laden. Genau, könnt ihr euch das auch holen. So, ich habe das bei den anderen noch nie gesehen, aber ich werde das trotzdem tun. Ich werde trotzdem die jetzt so ein bisschen pfeffern und salzen, weil ich glaube einfach, das kommt ganz gut. Weil wir nicht so ein bisschen Geschmack haben. Außer Eigengeschmack finde ich eigentlich ganz geil. Natürlich kann man die hinterher auch in Soßen oder halt, wenn er im Sushi ist, gibt es ja dann auch noch von da aus Geschmack. Aber so ein bisschen Pfeffer und Salz ist, glaube ich, ganz gut. Ja, aber letztes Samstag oder Freitag haben wir auch schon gemacht. Ja, aber da waren die richtig gut. Das Fett ist jetzt schon hier heiß und wenn man da Holzstäbchen rein tut, kann man sehen, wie es unten anfängt, blasen zu, also zu sprudeln, dann ist es genau richtig. Man nimmt sich jetzt eine von unseren Garnelen, dreht die einmal schön im Tempora, dann schön ins Panko von allen Seiten. Schön Panko Mehl dran und dann ab ins Öl. So, wenn die jetzt schön kross sind, dann nimmt man die halt raus. Sieht doch schon klasse aus. Und dann die nächste. Step by step. Man kann auch mehrere auf einmal machen, wenn man eine größere Fritteuse zum Beispiel benutzt. Wir haben keine Fritteuse, wir machen das halt immer so im Topf. Das reicht uns aus. Ist kein Grund für mich, mir jetzt eine Fritteuse zu kaufen. Ich finde, das reicht mir so völlig aus. Super. So, und so arbeiten wir uns jetzt durch, bis alle fertig sind. Unsere Garnelen sind jetzt schön mit dem Tempura und dem Panko Mehl schön frittiert worden, sehen super lecker aus, sind richtig schön crispy und jetzt kann man sie halt weiterverarbeiten. Da könnte man jetzt schöne Rollen, Sushi Rollen draus machen. Man könnte die aber auch einfach, und das werden wir jetzt gleich tun, einfach nur mit ein paar Pommes zusammen und irgendwelchen anderen schönen Beilagen essen, schön in eine Soße tauchen und dann schön abbeißen. Super leckere Nummer. Ich habe meine Stäbchen hier schon in der Hand. Es gibt gleich bei uns schön was zu essen, nämlich schön unsere in Tempura gebackenen Garnelen. Habt ihr auch welche Anregungen, schreibt sie unten ruhig rein. Wenn ihr sagt, macht uns doch mal Sushi und die da drin, gar kein Problem. Machen wir gerne. Haben wir auch echt Spaß dran. Vielleicht machen wir es sowieso. Mal sehen. Ja, das war es dann im Endeffekt schon. Super einfach, wenn man weiß, wie es geht. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen. Habt ihr Anregungen, schreibt sie unten rein. Habt ihr uns noch nicht abonniert, abonniert uns und jetzt sagen Tschüss und Frank vom footballkamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.